Ihr wollt wissen, welches Booster das richtige für euch ist, dann bleibt heute dran. Wir vergleichen Draft Booster, Set Booster, Collector Booster und Theme Booster und schauen uns an, welche Karten ihr ziehen könnt, die sich so richtig lohnen. Wir starten mit Kamigawa Neon Dynasty. Wenn euch dieses Video gefällt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann gucken wir uns in den nächsten Wochen und Monaten auch Streets of Nuka Pena, Commander Legends, Battle for Baldur's Gate, Double Masters und so weiter und so fort an. Draft Booster hier beispielsweise haben 9 Cummins, eine doppelseitige Cummins oder Uncummins, 3 Uncummins, eine Rare oder Mythic Rare und ein Cummins Land und ein Token. Wir gucken uns an, was genau im Detail euch erwarten kann. Und zwar bei diesen 9 einseitigen Cummins könnte unter anderem der Experimental Synthesizer dabei sein. Diese Karte ist im 7-Tage-Durchschnitt immerhin 22 Cent wert. Bei der doppelseitigen Karte, das kann eine häufige oder auch eine Uncummin sein, also sprich nicht ganz so häufig, könnt ihr immerhin auf Michikos Reign of Truth und auf der Rückseite Portrait auf Michiko hoffen. Diese Karte ist im 7-Tage-Durchschnitt 15 Cent wert. Bei den Uncummins wird es schon ein bisschen interessanter. Hier könnt ihr mit Secluded Courtyard auf eine 1,81 Euro Karte hoffen. Und die Rare, auf die ihr hofft bei diesem Set, ist Boseyu Who Endures. 29 Euro und 6 Cent im 7-Tage-Durchschnitt wert. Wenn ihr einer der Glücklichen seid und nicht nur die teuerste Rare, sondern die teuerste Mythic Rare zieht, dann erwartet euch The Wandering Emperor und diese ist 32,95 Euro wert. Ganz am Ende habt ihr eine 33-prozentige Chance, ein Ukiyo E-Land Basic Lens zu ziehen. Und da hofft ihr auf den Swamp Version 2 oder Island Version 2 und die kosten beide 1,35 Euro. Laut Wizards sind Setbooster eine spannende Möglichkeit, deine Sammlung auszubauen. Die Wahrscheinlichkeit beim Öffnen mehrere seltene Karten zu erhalten, ist in Setboostern viel größer als in Draftboostern. Die Kamigawa Neon Dynasty Setbooster enthalten immer eine Karte mit dem Nimya oder Samurai Artwork, eine Traditional-Foil- und eine Artwork-Karte. Neben den Foil- und Nicht-Foil-Karten enthalten 45% der Setbooster mindestens eins der Ukiyo E-Länder und in 25% der Booster ist eine Karte aus der Liste. Die Ukiyo E-Länder, die Cummins und die Uncummins und auch die doppelseitige Cummins und Uncummins kennt ihr bereits. Sind die gleichen Karten, auf die ihr hofft, wie in den Draftboostern. Die erste Besonderheit in den Setboostern ist die einseitige Cummins-Uncummins-Showcase-Karte und hier könnt ihr auf den Silver Fur Master hoffen, der ist immerhin 15 Cent wert. Dann kommen vier Slots, um die es geht. Als allererstes zwei Wildcard-Slots. Hier könnt ihr von Ukiyo E-Land über Cummins, Uncummins, Rare und Mythic Rare und Commander-Karten alles bekommen. Die teuerste Commander-Karte, die ihr hier ziehen könnt, ist der Kappa-Kanonier für 9,64 Euro. Aber eigentlich hofft ihr in diesen vier Slots. Auf Buseyo, who endures in Borderless kostet er 35,51 Euro und in voll 71,13 Euro. Während den Draftboostern ist die teuerste Karte, The Wandering Emperor, im Showcase-Frame für 72,12 Euro und als Voll für 159,14 Euro. Es gibt noch zwei weitere Karten, und zwar die Artwork-Karte. In 5% der Fällen, das heißt in jedem 20. Booster, ist die Artwork-Karte mit einem Promo-Aufdruck versehen. Und hier ist die teuerste Karte, der Mountain Version 2 mit dem Drachen drauf, für 1,23 Euro. Und in 25% aller Booster bekommt ihr eine Karte aus der Liste. Und hier ist die teuerste Karte, auf die ihr hoffen könnt, Ancient Tomb in Tempest Artwork, 45,47 Euro. Collector Booster sind tatsächlich die beste Möglichkeit, die heißesten Karten in Kamigawa Neon Dynasty zu sammeln. In jedem Collector Booster findest du 5 seltene oder sogar sagenhaft seltene Karten und jede Menge Booster-Fun-Treatments und traditionelle Vollkarten. Nun in Kamigawa Neon Dynasty-Sammler-Boostern gibt es Edged-Follkarten, Extended-Art-Karten und sogar den Hidetsugu im Neon-Ink-Treatment. In den Sammler-Boostern sprechen wir nicht über Cummins oder Uncummins. Wir reden noch ganz kurz über das Ikkyo-Eland, was ihr haben möchtet und das ist wieder der Swamp Nummer 2 mit dem roten Ballon für 2,48 Euro. Und natürlich auch die Insel, die ich euch anfangs schon vorgestellt habe, kostet auch 2,41 Euro in Voll. Dann kommt auch schon die erste der 5 Rares oder Mythic Rares, die uns erwarten. Und damit ich euch nicht immer die gleichen zeige, Boseyo und The Wandering Emperor, zeige ich euch die 2 teuerste Rare und die 2 teuerste Mythic Rare. Das ist Utawara Souring City in Voll 17,65 Euro wert und Kaito Shizuki in Voll 12,77 Euro wert. Die teuerste Commander-Karte mit erweitertem Kartenrand ist dennoch auch der Kappa-Kanonier. 9,47 Euro. Der nächste Slot sind Rares und Mythic Rares mit Extended Artwork aus dem Hauptset oder Mythic Rares in Borderless Variante. Borderless können hier nur Planeswalker sein, das heißt, wenn man die legendären Drachen zieht oder auch die legendären Channel-Länder, sind die alle nur mit erweitertem Kartenrand. Der teuerste Borderless Planeswalker ist natürlich The Wandering Emperor und zwar kostet sie 33,85 Euro. Der teuerste legendäre Drache ist Junji The Midnight Sky mit 6,66 Euro, diabolische Nummer. Und das teuerste legendäre Land ist natürlich Buseyo Who Endures in Extended Art, 33,41 Euro. Als nächstes kommt dann eine Showcase Rare oder Mythic Rare, eine Borderless Rare oder Mythic Rare oder eine Mythic Rare auf Phyrexianisch. Und hier zeige ich euch die drittteuerste Rare und das ist nämlich die Borderless March of Otherworldly Light, 9,41 Euro wert. Und die teuerste Phyrexianische Mythic Rare ist Jinn Gitaxias auf Phyrexian, 24,97 Euro. Jetzt kommt der Hauptgewinn und zwar ist das der Booster-Fun-Slot. Das ist ein Neon Ink, ein Edge-Foil oder eine Traditional-Foil-Karte. Und es kann eine Showcase-Variante sein, eine Extended-Art-Variante, eine Borderless-Variante oder eine Karte auf Phyrexianisch. Die tollste Karte ist natürlich The Wandering Emperor Edged Foil für 200,15 Euro. Oder ihr trefft den Hauptgewinn, die Neon Ink. Und zwar die pinke Neon Ink Hidetsugu The Devouring Chaos für 1.360,40 Euro im 7-Tage-Durchschnitt. Hidetsugu gibt es auch noch in Neon Ink Blau und Grün. Da sind die ca. 100 und 250 Euro wert, aber der pinke ist bei 1.360,40 Euro. Abschließend gibt es auch noch Theme Booster. Die Theme Booster sind laut Wizards eine gute Möglichkeit, deinem Deck ein paar neue Karten hinzuzufügen. Du kannst Kamigawa Neon Dynasty Theme Booster mit Karten in der Farbe deiner Wahl, weiß, blau, schwarz, rot, grün oder voller Ninjas bekommen, um das Set zu testen. Jeder Theme Booster enthält 1-2 seltene oder Mythic Rares, sowie 33-34 häufige und nicht ganz so häufige Karten. Leider gibt es dazu keine Übersicht, was uns in welchem Slot begegnen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da und schreibt uns das Video, ob ihr Bock habt, das gleiche nochmal für Streets auf Nuka Penna und so weiter und so fort zu sehen. Bis bald. Bis bald.